es sind jetzt nur noch wenige tage bis die polkadot parachain auctions losgehen und es ist höchste zeit den allerwertesten hochzukriegen und sich vorzubereiten denn in den nächsten tagen bis zum 11 11 21 starten die crowdlohn kampagnen und dann entscheidet sich welches das erste historische projekt sein wird das jemals auf polkadot laufen wird und es kann nur ein projekt geben dass das erste ist und entsprechend hart ist jetzt auch schon der wettbewerb sei also mit dabei und einer der ersten investoren dazu heißt es jetzt vorbereitet sein denn ab 5 dort tokens kann man mitmachen und mehr werden sicher besser denn es gibt mehr als ein vielversprechendes projekt in das man investieren könnte dort tokens sind zum glück zurzeit noch im angebot 50 dollar pro stück möglicherweise ist das ein schnäppchen denn die nachfrage wird mit an sicherheit grenzender wahrscheinlichkeit steigen das angebot bleibt dagegen begrenzt die inflation bei polkadot wird noch für längere zeit bei höchstens zehn prozent pro jahr bleiben alleine von gestern auf heute ist der dort um 25 prozent gestiegen und liegt jetzt schon bei ungefähr 50 us dollar was muss man also jetzt machen um nicht in stress zu geraten wenn es dann nachher losgeht und ich zeige es euch in diesem video in drei einfachen schritten schritt nummer eins dort tokens kaufen wo bekommt man dort und womit bezahlt man dort schritt nummer zwei ein wallet einrichten welches wallet eignet sich am besten für die crowdloans und schritt nummer drei wie bekommt man dann die dots in das wallet rein und nur wer diese drei schritte bis spätestens 11 11 schafft hat eine chance bei der ersten paratien auktion dabei zu sein und bevor wir jetzt die ersten dort tokens wirklich kaufen noch mal ganz kurz für diejenigen die jetzt neu eingestiegen sind und die jetzt nicht genau wissen was ist das hier crowdloan und paratien auktion die aber trotzdem bock haben da mitzumachen ich empfehle euch einfach mein letztes video das erklärt das alles im detail und wenn ihr dann noch mehr wissen wollt wenn ihr noch tiefer einsteigen möchtet dann gibt es also vor allem das polka.wiki als informationsquelle das polka.wiki ist meiner meinung nach sehr sehr gut strukturiert es ist sehr sehr gut geschrieben die informationen hier sind ziemlich vollständig leider eben dadurch auch etwas ausführlich aber gut wenn man jetzt wirklich genau wissen will was da abläuft dann ist das hier auf jeden fall die richtige informationsquelle polka.wiki da gibt es unter para objects dann eben die paratien und hier die paratien slots auktion dieser abschnitt der beschäftigt sich also damit den auktionen die jetzt losgehen und die crowdloans die also jetzt der finanzierung der auktion dienen in die wir auch einsteigen können auch dazu gibt es einen abschnitt und hier in dem abschnitt ist ein bisschen mathematik drin ist aber nicht allzu kompliziert man hat hier vor allem aber schon mal hier diese information dass man wirklich fünf dots benötigt um bei den crowdloan kampagnen mitzumachen und zwar braucht man pro projekt fünf dots also es reicht nicht wenn man mit fünf dots insgesamt einsteigt sondern wenn man also mitbieten möchte und wenn man also lust hat mehrere projekte sich an mehreren projekten zu finanzieren zu beteiligen dann braucht man für jedes einzelne projekt fünf dots und es schadet sicherlich auch nicht ein bisschen dort noch zusätzlich sich anzuschaffen und zurückzulegen denn man braucht auch ein bisschen transaktionsgebühren um das ganze zu bezahlen also ich würde definitiv empfehlen wenn man mitmacht mehr als fünf dots zu kaufen und auch nicht zehn oder 15 sondern immer so 5,1 5,5 oder 10,1 15,1 um noch ein bisschen was an transaktionsgebühren übrig zu haben wenn es darum geht dort token zu kaufen dann hat man zurzeit eigentlich die freie auswahl zwischen den kryptobörsen denn nahezu jede große kryptobörse hat auch irgendwie den dot token im angebot man die börsen unterscheiden sich irgendwie immer ein bisschen untereinander es gibt bei der einen börse vorteile die es bei der anderen nicht gibt und umgekehrt aber im grunde dort tokens bekommt man überall sei es nun kraken sei es nun beinens bit panda bit stamp und so weiter wichtig ist nur dass man sich bevor man jetzt an den crowdloans teilnimmt und sich dafür dort tokens kauft bei den börsen entsprechend verifiziert das heißt also man muss quasi ein know your customer prozess durchlaufen das ist ganz wichtig denn alle börsen haben transaktions limits und gerade bei den crowdloan kampagnen geht es ja jetzt darum ist zwar es geht zwar nur um fünf dort tokens aber wenn man jetzt an drei oder vier projekten teilnimmt dann kommt man ja schon recht schnell auf einen tausender betrag und je nachdem wie hoch die transaktions limits bei den börsen sind kann es sein dass man zwar seine dort tokens da kaufen kann aber dann wenn man die dort tokens von dem von der börse entfernen möchte wenn man die in das wallet übertragen möchte dass man dann eben auf ein limit stößt und dann muss man sich entsprechend noch verifizieren muss den ganzen prozess nachholen der kann zwei oder drei tage oder mehr dauern und dann verpasst man womöglich den einstieg das heißt also wenn man jetzt wirklich plant dort token zu kaufen man ist noch nicht auf einer crypto börse vernünftig verifiziert dann ist es jetzt echt an der zeit diesen prozess anzustoßen und meine klare empfehlung ist auch erst diesen prozess anzustoßen und dann die dort tokens zu kaufen denn wenn das ganze nicht klappt sich verzögert oder sonst irgendwie nicht funktioniert dann habt ihr zwar die dort tokens könnt damit aber im grunde nichts machen es gibt auch bei ganz ganz vielen börsen die möglichkeit an den parachain auctions an den crowd loans teilzunehmen ohne dass man die dort tokens in sein eigenes wallet überführt und davon rate ich definitiv ab denn ihr legt ja eure dort tokens wie ich in meinem letzten video erklärt habe für zwei jahre in ein projekt ein ihr bekommt die ja nach zwei jahren wieder aber wenn ihr über die börse eingelegt habt wenn ihr über die börse investiert habt dann ist der investor unterm strich letztendlich natürlich die börse weil von der aus kommt der dort token kommen die dort tokens zu dem projekt und wenn und ihr seid dann quasi in erster ableitung irgendwie dahinter auch beteiligt ihr hängt aber hundertprozentig von der börse ab und zwei jahre im crypto space sind eine tierisch lange zeit in der man dann irgendwie damit klarkommen muss dass die token zwei jahre lang irgendwo bei einem exchange bei einer börse rumliegen ohne dass man rankommt was weiß ich was passiert regulierungsänderung oder sonst irgendwas man ist dem ganzen also quasi hoffnungslos ausgeliefert und das für unendlich lange zeit im crypto bereich deshalb also rate ich davon ab der richtige weg ist auf jeden fall seine tokens nur zu kaufen bei einer börse und dann zu übertragen in ein eigenes wolle das einem selber gehört jedenfalls ist das meine meinung und ich gehe dann den ganzen prozess jetzt hier mal durch am beispiel von kreken ich habe jetzt kreken gewählt weil es tatsächlich meiner meinung nach ein bisschen komplizierter ist als bei anderen exchanges und deshalb lohnt es sich auch dass hier ein bisschen im detail zu zeigen während jetzt andere börsen natürlich auch genauso gut sind und man das da auch machen kann ich gehe ein bisschen auf beinance einen später in dem video in einem anderen zusammenhang es ist definitiv keine empfehlung meinerseits jetzt unbedingt kreken zu nehmen ich bekomme auch nichts dafür dass ich jetzt kreken zeige es ist einfach nur ich muss irgendeine auswahl treffen ich kann nicht auf jede einzelne börse eingehen das dauert viel zu lange in diesem video so bei kreken wie funktioniert das man geht hier auf trade dann ist man quasi in dem bereich wo man kaufen kann und hier suche ich dann den dort token aus dann gehe ich hier also auf diese lupe und suche den dort token und ich brauche die paarung gegen den euro weil ich habe ja euro auf der börse habe ich hier ich habe 4000 euro eingezahlt ungefähr und ich kann jetzt für 4000 euro also hier dort tokens einkaufen dafür muss ich also die paarung dort euro auswählen klicke hier auf trade und sehe dann hier schon den preis den aktuellen marktpreis das ist quasi der letzte preis der erzielt wurde und der ändert sich natürlich auch das sieht man hier oben auch das aktualisiert sich nicht unbedingt genau gleichzeitig in echtzeit und aktuell liegt der preis hier bei 41 euro und 52 53 cent je nachdem und jetzt trage ich hier also ein wie viele dort tokens ich kaufen möchte sagen wir mal ich möchte hier 40 dort tokens kaufen oder machen wir 50 ist besser weil dann kann ich schon an zehn paratrain auctions teilnehmen aber ich hatte ja gesagt auch noch ein paar zerquetschte fürs gas also mache ich 50,4 und dann kann ich also hier 50,4 dort tokens kaufen und es gibt hier zwei möglichkeiten die zu kaufen limit und market was ist jetzt der unterschied zwischen den beiden market bedeutet dass man jetzt egal wie der preis sich verändert dort tokens kauft nämlich 50,4 und der kurs der hier also der preis der hier gezeigt wird der ist nur eine schätzung das heißt also man bekommt hier auf jeden fall 50,4 dort tokens es kann aber sein dass der preis sich während des ganzen kaufprozesses ändert das ist sogar sehr wahrscheinlich dass er sich ändert und damit ist also unklar wie viel man wirklich dafür bezahlt und das ist bei sehr liquiden assets wie zum beispiel der dort also man sieht ja hier das 24 stunden volumen liegt bei über 800.000 dort tokens wenn man das jetzt mit 40 multipliziert dann kommt man also auf einen richtigen dicken fetten millionen betrag und der das heißt also dieser markt ist sehr liquide das heißt also die der preis wird sich hier nicht sehr stark ändern während diese order ausgeführt wird und das bedeutet hier dass man das relativ sicher mit einer market order machen kann aber wenn man ganz sicher sein möchte und genau wissen will wie viel man für seine dort tokens bezahlt dann empfiehlt sich eine limit order und eine limit order ist letztendlich nichts anderes als ein gebot das man in den markt rein stellt also man sagt jetzt einfach ich kaufe 50,4 dort tokens für sagen wir mal 42 euro pro stück dann bin ich kann ich schon mal sicher sein dass ich 2116 80 euro dafür bezahlen werde dass ich diese order hier ausführe aber der unterschied zur market order ist es ist nicht garantiert dass diese order wirklich ausgeführt wird denn wenn ich jetzt hier einfach mal sag so ich möchte hier jetzt 11 euro pro dot token bieten dann ist das extrem unwahrscheinlich dass die order ausgeführt wird weil es muss jetzt irgendeinen deppen geben der irgendwie wirklich also nur 11 euro für seine dort tokens haben möchte den gibt es aber nicht in der regel und deshalb muss ich hier also einen vernünftigen preis anbieten und selbst wenn ich nur wenige cent unter dem aktuellen marktpreis bleibe kann es durchaus sein dass es längere zeit dauert bis diese order ausgeführt wird es kann auch sein dass diese order nie ausgeführt wird weil wenn der preis niemals erreicht wird die 41,2 euro dann wird eben diese meinen angebot hier auf dem in dem order book rumliegen und darum gammeln bis irgendwie bis zum sanktnimmerleinstag und deshalb ist also im grunde ist schon ganz gut wenn man eine limit order macht dass man auch ein bisschen höher bietet als der markt also jetzt 41,70 dann würde ich also sagen 41,80 letztendlich angesichts dieser ganzen bedeutung der paratrain auctions und so ist es im prinzip auch wurscht ob ich jetzt 10 cent mehr oder weniger anbiete hier und dann ist die wahrscheinlichkeit schon ein bisschen höher dass meine order richtig ausgeführt wird und dass die also dann auch berücksichtigt wird wenn ich aber jetzt sage so ein paar cent unterschiede sind mir sowieso egal dann ist sicher auch eine market order ganz brauchbar denn und das mache ich jetzt auch ich für jetzt diese market order aus wird die mir hier nochmal zusammengefasst ich gehe auf submit order und jetzt ist die order auch schon abgeschickt worden und normalerweise wird eine market order auch dann sofort ausgeführt werden das sehe ich jetzt auch daran dass zum beispiel unter open orders nichts steht weil diese order ist schon durchgeführt worden die ist also nicht mehr offen und wenn ich hier auf orders gehe dann sehe ich hier also tatsächlich auch die meine meine letzte order nämlich 50,4 die wurden ausgeführt für 2100 104,49 euro hier mit füllt der status also diese order wurde ausgeführt und damit habe ich jetzt also meine dot tokens schon vorliegen das sehe ich auch hier oben 50,4 dot token und hier sind ist der rest euro betrag den ich noch habe die liegen also jetzt in meinem wallet und im nächsten schritt müsste ich dann die wallets abheben quatsch die dots abheben in mein wallet und um das zu machen muss ich natürlich erstmal ein wallet haben und das richten wir jetzt gemeinsam ein meiner meinung nach das beste wallet um an den crowdlong kampagnen teilzunehmen ist die browser erweiterung von unter polka.js das ist quasi der die offizielle das offizielle polka.wallet und ja es gibt noch andere wallets und ich möchte jetzt hier auch ganz klar sagen ich lehne die nicht ab ich finde die auch in ordnung nur jetzt im aktuellen stadium wenn es ganz speziell und die crowdlone kampagnen geht man muss einfach bedenken dass das hier quasi das referenz wallet ist mit dem alle arbeiten auf das alle entwickeln und das bedeutet also wenn jetzt hier crowdlone kampagnen gemacht werden und wenn jetzt hier irgendwie tools angeboten werden und so weiter dann wird in der aller in den allermeisten fällen mit dieser browser erweiterung getestet und hier ist mehr oder weniger sichergestellt oder die wahrscheinlichkeit am höchsten dass dieses wallet auch wirklich hundertprozentig unterstützt wird während alle anderen wallets irgendwie auch dazu gehören und vielleicht auch irgendwo getestet werden aber es ist nicht hundertprozentig sichergestellt und deshalb empfehle ich für die crowdlone kampagnen jetzt nur für die crowdlone kampagnen diese erweiterung und keine andere zu nehmen ist aber nur meine eigene meinung sicher wenn ihr andere meinungen habt und dann probiert es einfach auf euren eigenen wegen aus absolut in ordnung so und unter polka.js.org ich glaube das ist so ein kleiner joke von den entwicklern dass da so viele dots in dieser url drin vorkommen jedenfalls bei diesen ganzen dots polka.js.org da findet sich unter extension die browser erweiterung und ich rate auch ganz definitiv davon ab einfach die danach zu googeln also nicht nach polka.js browser extension oder irgendetwas zu googeln und dann irgendwas aus den suchergebnissen zu wählen weil es kann ja irgendeiner ein adword da schalten und dann irgendwie ein fake browser da einrichten eine seite die so ähnlich aussieht wie die und schon habe ich mir irgendein tool installiert das dann quasi meine assets klaut irgendeine malware oder so und deshalb rate ich dazu also unter polka.js.org und ich glaube ich habe jetzt schon insgesamt 40 mal dot gesagt in diesen drei sätzen oder so also diese unter dieser url die erweiterung zu nehmen und hier mit dem link kommt man dann also auf eine seite wo man quasi wählen kann download for chrome download for firefox also ich kann mir auswählen welchen ich nehme ich bin jetzt hier unter chrome installiere also jetzt hier die browser erweiterung und dann ist die auch schon hier oben in der leiste sieht man hier an diesem orangen dot es meldet sich hier auch mit so einem kleinen pop-up und die pinne ich mir auch direkt an indem ich hier auf dieses puzzle stück drücke und dann hier auf den pin weil dann wird die erweiterung hier auch immer eingeblendet da muss ich nicht jedes mal in dieses menü hier reingehen aber jetzt habe ich das zwar installiert aber ich habe jetzt noch keine polka dot adresse und kein polka dot account und das muss ich erst einrichten indem ich das hier anklicke mir hier die hinweise über irgendwelche tracker und page views und so weiter durchlese ganz schön dass sie das nicht tracken und dass sie keine daten irgendwie erheben gut habe ich verstanden finde ich prima und dann bin ich jetzt hier und jetzt kann ich hier ein neues account einrichten indem ich auf das plus drücke und dann auf create new account so und dann bekomme ich hier schon mal meine neue polka dot adresse angezeigt und zu den adressen muss man noch ein paar sachen sagen das machen wir auch im laufe der zeit aber das hier ist schon mal erstmal meine neue polka dot adresse und diese zwölf wörter die hier zu sehen sind das ist quasi so ein geheimer schlüssel der sicherstellt dass ich der einzige bin der zugriff hat auf diese auf die assets die in meinem wallet drin liegen und deshalb müssen diese zwölf wörter auch absolut und unbedingt geheim bleiben man darf die nicht zeigen also so wie ich es jetzt mache ist es falsch definitiv falsch man kann also nicht einfach irgendwie diese sachen auf youtube veröffentlichen und hoffen dass dann die eigenen assets noch im wallet liegen ein paar tage später oder eine minute später und deshalb sage ich auch jetzt ganz klar dazu dass hier ist nicht mein richtiges wallet und das hier werde ich auch nachher löschen also das ist jetzt nur um zu zeigen was man hier machen kann jedenfalls ganz wichtig diese zwölf wörter das ist eure absolute lebensversicherung wenn es um eure assets geht denn wenn diese zwölf wörter in fremde hände geraten dann hat derjenige der diese zwölf wörter hat vollen zugriff auf alles was auf polka dort liegt und euch gehört alles das heißt also auch kusama auch die ganzen projekte jedes einzelne jedes einzelne asset das auf polka dort euch gehört ist weg wenn diese wörter in fremde hände geraten und gleichzeitig müsst ihr diese zwölf wörter richtig gut aufbewahren weil das ist das einzige was euch davor schützt dass wenn euer rechner kaputt geht wenn euer browser kaputt geht wenn dieses polka dort wollen irgendwann nicht mehr funktioniert und ihr das neu installieren müsst dann braucht ihr diese zwölf wörter um alles neu einzurichten wenn die zwölf wörter weg sind gibt es absolut keine einzige möglichkeit mehr an die eigenen assets ranzukommen die sind für immer und ewig verloren deshalb diese zwölf wörter richtig richtig gut sichern heißt was auch immer ihr macht mit dem um das zu sichern sei es dass ihr das ausdruckt und gut weg tut sei es dass ihr das in irgendeinem verschlüsselten laufwerk speichert in einem password manager ist es auf jeden fall eure eigene risiko überlegung wie ihr damit umgeht denn je sicherer ihr die sachen weg tut desto wahrscheinlicher ist es auch dass sie im notfall nicht mehr dran kommt also ist ja total klar wenn ich jetzt sage okay ich nehme hier jeden einzelnen buchstaben schneid den aus und pack den an 100 verschiedene orte dann werde ich mich im zweifel nur noch an 80 von diesen orten erinnern und dann komme ich auch nicht mehr an die sachen ran also das ist aber etwas was jeder für sich selber entscheiden muss wie er das macht ich kann hier nur betonen wie extrem wichtig das ist die zu sichern und wenn ihr diese zwölf wörter jetzt nicht sichert dann lauft ihr gefahr dass ihr alle eure assets verliert deshalb kopiert die ins clipboard packt die irgendwo gut weg und lasst die bitte auch nicht ewig lange auf dem desktop in irgendeiner datei rumliegen oder in word oder so und speichert die schon gar nicht in irgendeiner cloud das ist auch wichtig nicht in einer cloud speichern so wie ihr das genau macht gut ihr seid im crypto bereich ihr werdet mit diesen sachen schon irgendwie umgehen jedenfalls jetzt sofort diese zwölf wörter sichern bevor ihr weitermacht und deshalb mache jetzt auch eine ganz kurze pause um zu betonen wie wichtig das ganze ist okay machen wir weiter so ich bestätige jetzt hier dass ich diese zwölf wörter gespeichert habe was ich nicht gemacht habe aber ich lösche ja auch dieses account hier später und im nächsten schritt muss ich hier ein netzwerk auswählen oder ich sage dass diese adresse für alle polkadot netzwerke gilt also für alle polkadot projekte und das mache ich auch weil das ist einfach am praktischsten und da muss ich hier einen namen für das wallet eingeben das nenne ich jetzt mal also crowd loan wallet oder irgendwie sowas und da muss ich ein passwort festlegen und dieses passwort ist definitiv längst nicht so wichtig wie die zwölf wörter das ist einfach nur ein passwort das dazu dient dass man hier wenn man irgendwie auf dieses wolle zugreifen möchte dass man dann quasi noch einen kleinen passwortschutz hat vorher aber das passwort wenn das verloren geht dann könnt ihr das wallet mit den zwölf wörtern die habt neu einrichten und habt wieder zugriff auf eure auf eure assets bei polkadot und auf euer wallet so also dieses passwort ist nicht ganz so wichtig es ist einfach nur so ein kurzer so ein kleiner schutz dass also nicht irgendeiner euren rechner irgendwie nimmt während ihr im internet café sitzt und dann irgendwie auf das polkadot wolle zugreift oder sowas ist ein kleiner schutz und deshalb ist dieses wallet auch nicht so extrem wie dieses passwort auch nicht so extrem wichtig es geht hier mehr darum zwar ein gutes passwort zu finden aber auch eins dass man sich gut merken kann weil das wird man sehr häufig eingeben und wenn man jetzt hier also was extra kompliziertes hat was man immer nachlesen muss irgendwo dann ist das nicht so günstig also ich lege jetzt hier mein passwort fest und wenn ich das passwort festgelegt habe dann ist quasi mein wallet fertig eingerichtet und jetzt gibt es hier ein paar unterschiede zu metamask wenn ihr mit metamask bisher gearbeitet habt und noch nie auf polkadot wart dann ist das erste was auffällt man sieht hier nicht wie viel dots man hat man hat hier keine möglichkeit zu sehen wie was ist in dem wallet drin warum das so gemacht ist weiß ich nicht es ist einfach so und damit muss man jetzt irgendwie klarkommen ich sagte ja gerade es gibt auch andere wallets aber jetzt für die crowdloan kampagnen nehmen wir einfach mal dieses hier auch wenn das das jetzt nicht anzeigt so und ein zweiter unterschied ist ich habe nicht nur eine adresse sondern ich habe viele adressen denn wenn ich zum beispiel auf polkadot auf die relay chain gehe dann ändert sich die adresse dann ist das 14 so und so und so und wenn ich hier auf kusama gehe dann habe ich wieder eine andere adresse und das ist einfach nur um quasi die adresse es ist immer dasselbe wallet es ist auch immer dasselbe account sozusagen aber auf den verschiedenen blockchains gibt es verschiedene adressen um das einfach ein bisschen unterschiedlicher aussehen zu lassen damit man nicht aus versehen irgendwie in dem einen ding ein falsches adressformat eingibt als in dem anderen und so weiter so also das ist definitiv ein unterschied zu metamask und es gibt noch mehr unterschiede da gehen wir aber irgendwie dann später denke ich mal mehr darauf ein wenn es gefragt ist also schritt nummer zwei erledigt wallet ist fertig eingerichtet ich bin jetzt hier wieder bei kraken und es geht ja jetzt darum in schritt nummer drei die dot tokens rüber zu schieben in das polkadot wallet das ich gerade eingerichtet habe und dafür müsste ich also im prinzip jetzt irgendwie meine tokens von kraken abheben und das zeige ich jetzt nicht im detail weil das findet ihr schon selber raus ist hier unter funding und dann withdraw und das ist sicherlich bei jeder börse auch anders deshalb möchte ich hier gar nicht so groß im detail darauf eingehen es gibt aber eine sache die super super wichtig ist und das ist das was ich hier eigentlich zeigen möchte und zwar wenn ich hier abhebe dann muss ich bei den allermeisten börsen ich denke das ist bei allen so darauf achten dass ich von den vielen polkadot adressen die ich hier habe die richtige auswähle der die eine andere börse wird mir dann auch eine warnung geben wenn ich die falsche auswähle aber lass uns da einfach direkt auf nummer sicher gehen für die crowdloan kampagnen müsst ihr auf die polkadot relay chain abheben nicht auf irgendetwas anderes und schon gar nicht wenn ihr für bestimmte projekte bietet und diese projekte schon gelistet sind mit adressen also das gibt es ja zum beispiel ich weiß nicht ob ich jetzt in ein passendes finde be frost ist glaube ich auf beiden blockchains ich weiß es noch nicht genau also jedenfalls wenn ihr ihr nehmt auf keinen fall irgendwie die adresse von den projekten selber die ihr im crowdloan unterstützen wollt sondern ihr müsst auf jeden fall auf die polkadot relay chain und das heißt ich stelle in meinem wallet erst mal hier die polkadot relay chain ein und dann sehe ich hier das richtige adress format und das muss mit einer eins anfangen das ist wichtig dass es mit einer eins anfängt und die diese adresse die kopiere ich mir dann mit diesem diesem kopierknopf hier und dann kann ich die eintragen bei der börse zum abheben hier ist die 1 fp 8 und so weiter und als amount nehme ich jetzt mal hier die ganzen 50,4 hebt die ab auf diese adresse und je nach börse dauert das dann eben zwischen paar minuten und paar stunden und ich werde jetzt hier einfach mal warten bis das ganze angekommen ist polkadot wallet und dann zeige ich noch ein paar sachen die dazu gehören und während ich jetzt hier warte bis die dot tokens im wallet ankommen vielleicht noch eine idee die mir gerade gekommen ist ein kleiner hinweis und zwar wie wäre es wenn ihr die erste abhebung von eurer von der börse in euer wallet erst mal nur mit einem einzelnen dort token macht oder sogar ein teil eines dort tokens um einfach zu überprüfen ob wirklich alles klappt und alles in ordnung ist so verliert man dann nicht seine gesamten dort tokens auf einmal wenn man irgendwas beim ersten mal falsch gemacht hat woran erkenne ich jetzt ob meine assets angekommen sind ob die dort tokens auch wirklich angekommen sind weil wenn ich hier in das wallet gehe dann sehe ich ja nicht wirklich irgendwelche beträge und deshalb kann ich hier also schon mal nicht erkennen ob das ganze geklappt hat oder nicht das mache ich indem ich auf wieder auf polkadot js.org gehe und dann hier in die apps und hier habe ich dann quasi eine verbindung zu den ganzen blockchains und polkadot projekten wenn ihr also so sieht das aus wenn ich jetzt also bei polkadot bin sehe ich hier an dem logo und da oben dass da polkadot steht wenn ihr jetzt nicht genau hier gelandet seid dann habt ihr die möglichkeit umzuschalten also was weiß ich wart vorher auf kusama oder so dann kann man hier umschalten indem man also hier quasi auf die polkadot and parachains klickt und dann hier sich einen host aussucht über den man quasi verbindungen herstellt das ist eigentlich gar nicht so wichtig was man hier aussucht man kann eigentlich so sagen wenn das wenn euch das zu langsam ist was hier angezeigt wird dann probiert einfach mal einen anderen haus aus wenn die überlastet sind dann sind die schon mal ein bisschen langsamer als die anderen ich gehe jetzt über parity dann kann ich hier auf switch klicken und dann lande ich hier also auf der polkadot seite und dann sieht man hier auch wie die einzelnen blöcke produziert werden schon aber besonders viel läuft hier ja noch nicht weil wir ja noch keine parachains haben und noch keine konkreten projekte was es hier aber zu sehen gibt das sind meine accounts hier unter accounts kann ich dann also quasi meinen account aussuchen hier ist mein main account der wird quasi eingefügt aus dem browser aus der browser extension wird der hier auf die webseite eingefügt hier sieht man das auch die adresse ist die und dann sieht man hier meine 50,4 dot tokens sind angekommen es sind nur 50,35 weil craig eine gewisse gebühr abgezogen hat kommen also nicht kommt nicht der volle betrag an aber die dot tokens sind hier angekommen die werdet ihr hier also dann sehen und was hier schon mal vorkommt und was man vielleicht irgendwann mal dann auch machen müsste ist wenn hier unter settings so eine 1 steht oder hier auch der hinweis steht dass hier eine erweiterung quasi neue metadaten bekommen hat und so weiter dann kann man hier auf die settings page gehen das ist quasi wie so ein update das jetzt irgendwie geladen werden muss und dann kann ich hier also mit update metadata ein update machen dann fragt mich das browser wallet nochmal ob ich das wirklich machen will und das muss man ab und zu mal machen weil es hier schon mal software updates gibt die irgendwie eingespielt werden müssen zumindest kann man sich ungefähr so vorstellen und das ist also wichtig dass man das aktuell hält ganz besonders wenn man also bei den crowd loan kampagnen mit macht dann möchte man also wirklich auch dafür sorgen dass dieses ganze ding hier aktuell ist deshalb also wenn euch irgendwo hier so ein hinweis angezeigt wird dass es ein update gibt dann geht hier auf settings macht das also update metadata und dann ist das ganze also wieder auf dem neuesten stand so hier sind meine 50,35 dot tokens die sehe ich hier also hier kann ich im prinzip also jetzt theoretisch auch dot tokens versenden an andere leute wenn ich deren adressen habe und so auch zurück an die börse schicken wenn ich verkaufen will und jetzt denke ich also sind wir erstmal optimal vorbereitet auf die crowd loans nur wo wir jetzt schon mal hier sind möchte ich ganz gerne mit euch nochmal einen kleinen blick werfen mich hier umschauen und zwar indem wir mal auf kusama gehen weil bei kusama haben ja jetzt kusama ist ja quasi das testlabor von polkadot da wurde das ganze mit den crowd loans und den parachain auctions schon mal ausprobiert schauen wir doch einfach mal nach wie das da gelaufen ist das kann man hier in der oberfläche indem man umschaltet auf kusama und dann gehe ich hier auf keine ahnung ist auch egal parity mache ich wieder schalte um auf kusama und dann muss ich noch hier im wallet dafür sorgen dass die adresse hier auch auf allow use on any chain oder auf kusama steht ich mache jetzt einfach mal allow use on any chain weil das dann wird kusama auch unterstützt ist eigentlich im grunde dieselbe oberfläche ich sagte ja auch eingangs also es ist wirklich ein und dasselbe nur dass kusama ein testlabor ist das einige monate vorher gestartet ist auch hier muss ich jetzt die metadaten aktualisieren mache ich aber jetzt nicht und unter network findet ihr hier die parachains und hier sind tatsächlich schon parachains gelistet ist ja auch klar weil schon sehr sehr viele parachains hier auf kusama laufen und unter den hier in diesen tabs findet man dann eben auch die crowdloan kampagnen die bereits abgelaufen sind wenn ich mir die auswähle dann sehe ich hier also die ganzen crowdloan kampagnen das braucht hier eine ganze weile um zu laden und dann sehe ich hier das also noch crowdloan kampagnen bei kusama ablaufen nämlich hier unter ongoing und hier unten unter completed sieht man also jetzt die gewinner der einzelnen parachain auctions die auch crowdloans angenommen haben und hier ist zum beispiel moon river und schieden und karura das war karura war die erste und hier sieht man dann auch seine eigenen beiträge also bei karura habe ich damals in meinem video geboten zwei kusama tokens habe ich hier eingelegt und die dafür habe ich dann eben auch ein reward bekommen in form von karura tokens das können auch gleich vielleicht nochmal angucken jedenfalls wenn man bei crowdloans mitmachen will dann geht das auch hier über diese oberfläche unter anderem über contribute kann man dann jedem eine einzahlung machen und sich an den crowdloans beteiligen und genau dasselbe wird dann eben auf polka dort auch laufen und es gibt noch ein paar andere dinge andere wege wie man an den crowdloans teilnehmen kann die vielleicht auch teilweise ein bisschen besser geeignet sind auch das alles in einem späteren video das hier jetzt nur als preview gedacht und und wenn wir nochmal zurückgehen auf polka dort ich schalte das nochmal gerade um dann sieht man dass hier exakt dasselbe auch vorhanden ist und zwar unter network gibt es hier parachains und unter auctions und unter crowdloans gibt es dieselbe struktur aber weil die crowdloans und die parachains noch nicht angefangen haben steht hier natürlich auch nichts und das wird sich jetzt in den nächsten tagen ab dem 11 11 füllen und hier ist also schon mal die erste anlaufstelle wo man an den crowdloan kampagnen mitmachen kann und wie das alles geht im einzelnen das zeige ich natürlich auch in einem nächsten video aber im nächsten video möchte ich erstmal darüber sprechen was ist hier eigentlich das potenzial wie kann man das ungefähr bewerten und was sind die risiken von dem ganzen es wird also ein etwas theoretischeres video aber dafür sind wir dann eben auch am 11 11 wenn das ganze losgeht richtig optimal vorbereitet ich hoffe ihr freut euch auch schon auf das ganze so wie ich und sag jetzt mal tschüss bis dahin viel glück viel erfolg tschüss tschüss